Hallo, meine Lieben. Vergessen, Steuern zu zahlen. Ich wollte jetzt ein Haus bauen, ich wollte ernten, ich will ganz vieles. Und das funktioniert alles nicht. Also, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt den Weizen ernten und dreschen. Dann kann ich Weizenkörner verkaufen und davon werde ich meine Steuern bezahlen. So, habe ich jetzt eigentlich die umreifen Bär, habe ich in der Tasche behalten, was jetzt gar nicht verkehrt war, weil die will ich ja eh versammt gammeln lassen. Gut, die drei Möhren können da jetzt auch rein. Und ich nehme mir jetzt mit die Sichel, da werde ich noch eine brauchen. Oder vielleicht reicht die ja auch noch. Ach nicht, brauche ich eigentlich nur die Sichel, ne? Ich will ja jetzt erstmal nur den Weizen ernten. Obwohl, ne, eine wird nicht reichen. Eine wird nicht reichen. Und das brauche ich da irgendwie, ein paar Stöcke und Steine, ne? Ich glaube, ich brauche mir gleich nochmal eine Sichel. Nicht, dass das jetzt, weil Flachs muss ich ja auch noch ernten, den kann ich auch verkaufen. So, Steinwerkzeuge, Sichel, da brauche ich... Vier Stöcke habe ich, ich brauche noch vier Steine. Na gut. Genau, den Flachs dresche ich dann auch gleich, den ernte ich. Und dann kann ich Flachs und Weizen verkaufen. Und davon bezahle ich meine Steuern. Das müsste doch gehen. Und jetzt kann ich natürlich auch frische Beeren sammeln. Die werde ich mal gleich mal gucken, ob ich die Beeren jetzt noch, die normalen Beeren noch verkaufen kann. Dann nehme ich mal schon mal ein paar mit hier. Das ist ja blöd im Sommer, wenn ich jetzt im Sommer alles ernten muss und dann die Greifenbeeren pflücken muss. Das schaffe ich ja gar nicht alles an einem Tag. Da kann ich normalerweise im Sommer gar nicht groß unterwegs sein. Ich meine, das ist jetzt eine Ausnahme, weil ich vergessen habe, Steuern zu zahlen. Andererseits kann ich die Steuern auch im Herbst zahlen, ne? Aber ich glaube, da kommen Zinsen drauf. Und so knapp, wie das bei mir momentan ist. Ne, lassen wir mal solche Experimente. Habe ich jetzt schon eigentlich vier Steine? Habe ich gar nicht mitgezählt. So, ich glaube ich jetzt sieben. Guck mal, den wir noch einnehmen. Den wir noch ein. Gucken wir mal gleich zwei sichern. Jetzt muss ich doch genug haben. Was war das jetzt? Fünf Stücke? Ne, vier Stücke. Ähm, wo brauche ich noch? Zwei Stücke. So, das ist doch... Äh. So, was ist das jetzt reichend für zwei? Zwei oder drei. Mal gucken. Hm, das ist die Frage, ob ich jetzt... Ob ich doch im Herbst gehe und dann lieber jetzt hier Bären sammle. Ach, mal gucken. Ach, sonst versuche ich das heute Abend. Vielleicht steht der ja für Steuern auch nochmal auf. Ich habe ja noch gar keine Schmiede. Ich dachte, ich hätte schon eine Schmiede gebaut. Ich bin mal noch in der Werkstatt. Habe ich das wohl geträumt? Ich habe gedacht, ich hätte Schmiede schon gebaut. Ich wollte ja austauschen hier gegen eine Schmiede. Na gut. Dann habe ich das wohl... Manchmal träume ich ja auch, dass ich... Also spiele ich im Traum weiter. Finde ich schon ein bisschen bedenklich. Oder wahrscheinlich habe ich mich so überlegt, ha, und dann baust du da eine Schmiede hin und so. Und dann dachte ich, die hätte ich schon gebaut. Also die will ich ja genau hier bauen, wo dies jetzt hier auch ist, wo die Werkstatt ist. Aber da habe ich jetzt keine Zeit für. So. Sichel. Habe ich die schon ausgerüstet? Habe ich schon. Gut. Auf geht's. Dann sicheln wir mal den Weizen weg. Bisschen was müssen wir behalten, nachher zum Aussehen wieder. Ah, ich hätte ja schon gerne Sense. Das ist schon echt mühselig hier mit dem... Ach komm, das ist erstmal alles weg. Du, das geht schneller. Mit dem Ding hier ist man schon ganz schön am rumhackeln. Obwohl, so geht es echt schneller, als wenn man immer zwischendurch aufsammelt. Kann man immer so drücken und so drunter gehen. Kann man ja immer hinterher auch aufsammeln, alles. Bin mal gespannt, wie viel das ist. Ob wir da einiges zusammen kriegen. Den Weizen habe ich ja eigentlich nur zum Verkaufen angesät. Ich will dann auch noch welche neuen ansehen. Möglichst bald. Jetzt mal gucken, wann das geht. Weil die Weizenkörner wiegen nicht viel. Ich spare mir dann auch das Stroh sammeln, weil das steht da ja so als Nebenprodukt. So. Da wird noch eins aufgemacht. Das ist auch gleich fertig. Noch ganz schön Menge, ne? Ja, das sollten wir die Steuern ja locker zusammenkriegen. Und ich hoffe ja, dass wir dann nächstes Jahr auch keinen Dünger mehr kaufen müssen. Dass ich den dann selber machen kann. Dafür werden die ganzen Kohlen und die ganzen Möhren und so angepflanzt. Das ist ein bisschen was vergammelt. Ich muss ja auch nicht immer alles gleich fertig kriegen. Und diese Quest da oben. Irgendwie lasse ich mich immer dadurch stressen, dass da oben rechts steht da so. Ja, genieß, mach dies, mach das. Äh, aber... Man muss das ja auch nicht gleich machen. Man kann sich ja auch Zeit lassen, ne? So. Sagen wir das mal ein. Sieht man aber doch relativ gut, wo der liegt, ne? Aber man kann ja damit alt auch gucken, ob da noch irgendwas rumliegt. Das ist ja ganz praktisch. Naja. Jetzt überlege ich jetzt gerade, ob das jetzt wirklich so viel einfacher ist, das hinterher aufsammeln. Eigentlich finde ich jetzt hinterher aufsammeln, aber ziemlich nervig. Vielleicht mache ich das nächstes Mal doch so, dass ich es erst immer Sensor und dann gleich aufnehme. Ob ich jetzt alles hier? Ne. Das sieht man nämlich doch irgendwie doch ziemlich blöd. So, ist weg. Na, ich glaube, das geht doch, wenn man das gleich macht, besser. Oh, halb schon 90 jetzt? Das ist natürlich echt klasse, ne? Ich halte jetzt einfach mal die Altasse gedrückt. Deswegen ist das auch ein Grund, warum ich ja dieses unendliche Ausdauer eingestellt habe, weil man dann sowas machen kann. Nicht immer dieses Gekeuche hat. Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt so anstrengend für ihn sei, wenn er so eine Sicht hat, dass er erkennen kann, wo was liegt. Warum geht das auf die Ausdauer? Entweder man kann es oder man kann es nicht. Also wenn ich ja beim Laufen, wenn es jetzt nur wäre, dass er beim Bauen und beim Laufen so wenig Ausdauer hat, dann hätte ich das nicht ausgestellt. Aber beim Gucken, ist er dann einfach zu kochen und so, ach, das Gucken ist so anstrengend. So, bringen wir das jetzt mal weg? Ach nee, können wir ja auch noch tragen hier, ne? Komm, machen wir den auch gleich. Wupp. Na, ich nehme das gleich mit. Das Feldlaufen war doch ein bisschen doof. Ja, aber gut, dass ich noch eine Sense gemacht habe, ne? Äh, noch eine Sichel. Ich weiß immer noch nicht, ob das Sicheln heißt, was man hier macht. Einen anderen Begriff wüsste ich jetzt nicht. In der Sense heißt es ja auch Sensen. Wenn man das Feld senst. Oder krass senst. Schreibt mir das doch mal, falls ihr das wisst, ob das Sicheln heißt, ob das einer weiß. Boah, ich vergesse das auch mal wieder. Ich wollte ja mal nachgoogeln. Google weiß das bestimmt. Gucken wir mal jetzt, wenn man links und rechts macht, dann landest du auf einen Haufen. Dann können wir das gleich zwei aufnehmen. Also langsam kriegt man der ja... Ah, ist er dicht dran. Hol dir nicht den Fuß. Mann! Musst du es da noch hinkriegen. Also Flax geht wirklich schwer damit. Das geht mit Weizen echt einfacher. Wahrscheinlich, weil der Flax so niedrig ist. Da muss man sich so runterbeugen. Soll ich direkt mal auf die Füße gucken. Ich könnte ja auch... Ich bin ja auch doof, nicht? Ich hätte ja auch mal meine Frau fragen können, ob die das für mich macht. Die kann die ja aber zwischendurch. Die muss ja... Ich weiß gar nicht... An die Landwirtschaft konnte die nicht, ne? Noch ein Grund für... Für die andere da, die Damm... Deren Dagmara, genau. Die will ich heiraten. Jetzt überlege ich, ob ich jetzt im hellen Licht nochmal schnell... Doch ein Haus baue und die herhole. Dann kann die das in mir eigentlich machen. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich wenig... Ich will ja nur ganz wenig Leute haben. Ich muss mich da selber immer dran erinnern. Ich will nicht so viele Bewohner haben. Und zwar möchte ich welche haben, die in den wichtigsten Sachen, die mir wichtig sind, sind abbauen, Crafting und Landwirtschaft. Das konnte die alles. Und dann kann ich die ja sozusagen immer umswitchen. Dann kann ich sagen, so komm, jetzt mach mal im Frühling. Mach mal eben die Felder fertig. Ich muss mal eben kurz nach Kostovia Steuern zahlen. Weil ich wieder komme, ist das bitte fertig. Und dann kann sie ja wieder andere Sachen machen. So habe ich mir das gedacht. Weil sonst ist es immer so, da muss man die mal einstellen. Und dann stehen sie wieder eine Jahreszeit rum, wenn sie so schnell sind. Deswegen hätte ich gerne jemanden, der alles kann. Das wäre schon gut. Wenn ich die habe, dann wäre das so meine Allround-Frau. Und das Gute ist ja, wenn sie eine Zeit lang Sachen machen, irgendwie wären die ja auch besser mit der Zeit dann. Die Werte gehen dann hoch. Wohl für dieses bisschen Feld. Das hätte ich auch ihre drei. Das hätte ich die auch eben geschafft. Also seit dem vorletzten Update habe ich so manchmal, dass das die Maus so hakt, dass das manchmal so ruckelt. Das habe ich vorher nie gehabt. Habe ich jetzt alles? Ist alles weg? So. Das war das. Ich komme, weil die Zivilen jetzt auch noch mit, wo wir schon mal sind. Oh, ich bin überladen. Na gut, dann muss ich sowieso noch mal laufen. Dann kriege ich den Kohl ja auch nicht mit. Äh, wo bin ich jetzt? Da war es schlank. Ding, 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 ding. Oh, jetzt ist schon wieder fast Mittag. So schnell geht das mit der Zeit, ne? Obwohl, ich könnte ja auch die Zück-Dings da, die könnte ich ja heiraten. Oh, das probiere ich. Habe ich die heute Morgen schon gefragt? Oder war das gestern? Ach. So, pass auf, dann fangen wir die da mal rein. Habe ich denn mit der gesprochen? Muss ich jetzt gar nicht mehr. Ne, wieso? Irgendwie, ich fange ja immer an mit morgen. Oder weiß ich nicht, war das jetzt gestern? War das heute? So, dann holen wir jetzt hier erstmal. Dreschen wir das mal. Ich meine, wenn ich die jetzt heirate, dann ist ja ein Haus frei. Dann brauche ich gar keines bauen. Dann kann ich die Dagmara da reinholen. Ach, das dauert natürlich lange jetzt. Dann ist der jetzt durch. Ich trinke inzwischen einen Schluck. Ich meine, aus jetzt diesen, das hört sich so viel an, aber ab 115 kriegen wir nur 10 jetzt 11 Leinfaden raus. Obwohl, warte mal, ich will ja einen Teil wiederzunehmen zum Ansehen. Ich höre jetzt mal kurz auf. Nehme jetzt nur einen Teil. Und falls ich diese Dagmara kriege, kann ich ja auch die das machen lassen, ne? Muss ich hier ja nicht stehen. Ich mache jetzt nur einen Teil zum Verkaufen und den Rest machen wir später. Das ist überhaupt eine gute Idee. Ich glaube, die jetzige war die Zuggi. Ich muss hier mal einen kurzen Namen für die ausüberlegen. So meine... Munti, Munter, Zwickmunter. Doofer Name, nicht? Äh, die hatte glaube ich nur eine 1 bei Landwirtschaft. Also die kann das nicht... Ich wäre schon... Diese Dagmara wäre schon gut. Die will ich haben. Was mache ich jetzt? Baue ich jetzt ein Haus? Habe ich die schon gefragt heute Morgen? Verdammt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. So, den Rest packe ich jetzt in die Scheune. So, den Flax passen meine Scheune. Flax heimpacken. Ach ne, die Flax heimpacken kommt in die Näherei. So, fangen wir gar nicht erst an. Das sind wir hier zu verkaufen. Das Stroh kann da rein. Den Weizen kann da rein. Und die Zwiebelsamen können da rein. Ja. Das kommt in die Scheune. Äh, in die Näherei. Wo bist du nur eigentlich da hinten? Habe ich schon mit dir geredet heute? Kann mich nicht mehr erinnern. Möchte ich dir etwas sagen, schöne Frau? Ja? Oh, habe ich nicht. Hingabe, aber... Oh, jetzt aber. Möchte ich dir etwas sagen, schöne Frau? Willst du mich heiraten? Oh ja, komm, ich geheirate sie jetzt. Zack, bumm, beng. Yay! Gut, das ist mir so eingefallen. So, und jetzt ab nach Kostovia die Dagmara holen. Und jetzt drück mir mal die Daumen, dass sie noch da ist. So. Dann kommt hier... Das ist ja super. Ich freue mich gerade total. Ach, warte mal, ich muss mich kurz anders hinsetzen hier. Ich bin jetzt aufgeregt. So. Jetzt trinke ich noch mal was und essen noch was. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Irgendwie werde ich schneller hungrig geworden. Wahrscheinlich wegen der Feldarbeit, ne? Dann essen wir doch mal... Ess ich mal so eine dicke Suppe? Jo. Warum nicht? Essen wir mal ein Süppchen. Hä? Habe ich die nicht hier mitgenommen? Schon mal nicht. Letzte Waffe. So. Zup. Müsste ich da jetzt auch einen neuen Bohl haben, ne? Wo ist der denn jetzt hin? Hölz da eine Schale? Ach, das heißt jetzt nicht mehr Bohl, sondern hölz da eine Schale. Ah, der landet jetzt nicht mehr... Vorher ist er mal hier bei dem Beutel gelandet. Jetzt landet er hier beim Kräftding. Da gehört er ja auch eigentlich hin. Aha. Und hat jetzt 90 Prozent? Ich habe jetzt immer noch einen Bohl gesucht. Ach, dieses Deutsch-Englisch macht einen ja auch ganz raschelig. Aber scheint ja wieder alles auf Deutsch zu sein. Das passt ja durch. So, jetzt flitze ich da mal schnell hin, weil ich ein bisschen Angst habe, dass sie mir abhaut. Weil jetzt ist das Haus ja leer. Weil die andere wohnt ja jetzt bei mir, meine Frau. Die ist spontan aufgehört mit dem Arbeiten und ist nach Hause gegangen, ne? Finde ich auch lustig. So. Und dann brauche ich mich den Kohl auch nicht ernten. Wenn ich die kriege, dann kann die das nämlich machen. Ist ja auch viel schlauer, eine zu heiraten. Also wenn ich jetzt zwei Frauen habe und eine hat super tolle Werte und eine hat nur tolle Werte, dann die mit den tollen Werten zu heiraten, weil die ja dann zwei Jahre ausfällt und die andere dann lieber fürs Dorf zum Arbeiten behalten, ne? Oh, bitte sei noch da. Bitte, 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 Dagmara. Wo ist der? Bist du da? Wilburga, Henrika, wo ist Dagmara? Verdammt! Henrika kann dafür kein kräften, ne? Nämlich Henrika. Die würde ja auch mitkommen. Die hat auch eine 3 in Landwirtschaft und auch eine 3 im Abbau. Die hat nur eine 1 in Kräften und die andere hatte auch eine 3 in Kräften, die Dagmara. Wo kann die denn jetzt hin sein? Vielleicht ist sie ja nach Borowoo gegangen. Das probiere ich jetzt nochmal. Wenn sie da nicht ist, hole ich die Henrika. Okay, ist sie ja da rüber gegangen. Flitz. Dagmara, wo bist du? Also, die gehen ja meistens immer bis zum nächsten Dorf. Entweder, wenn sie nicht hier hingegangen ist, ist sie vielleicht nach Hornika gegangen, ne? Ich muss unbedingt bald ein Steinlager vorher bauen können, weil dann habe ich nämlich die Chance, dass sie sich auch bei mir hinsetzen. Das ist echt total praktisch. Wenn ich jetzt schon als hätte, dann hätte sie vielleicht bei mir gesessen. Die kann ja auch nach Dienika gegangen sein und so, ne? Ich weiß es ja nicht, wo die jetzt so... Da ist er hier, mal gucken. Da steht eine rum. Das Witzbuch. Ist sie da? Dagmara, da bist sie ja. Da ist sie. Ach, da siehst du, hat sie sich doch gelohnt. Siehst du doch, ne? Genau, die hat nämlich eine 3 in den Abbauen, in Landwäsche und Kräften. Das ist die perfekte Frau. Dagmara? Wir schaffen eine neue Siedlung. Wie wäre es denn mit uns? Juhu! Ich freue mich! So, Dagmara kann jetzt in das Haus ziehen, was jetzt ja gerade leer geworden ist. Zack! Und du kannst jetzt bitte mal den Rest deiner Schone ernten. Wenn du mal so freundlich wärst, das für mich zu machen. Oh, das heißt jetzt nicht mehr Feldarbeiter, das heißt jetzt Erntehelfter oder Landwirt. Vorher hieß das immer Farmer und Feldarbeiter. Also Erntehelfer ist ja dann wohl... Das wird wohl noch so geblieben sein. So, jetzt lasse ich dir jetzt erstmal das Ernten, was da noch ist, auf dem Feld. Obwohl ist die Frage, ob sie überhaupt das schafft, das heute noch zu machen. Oder ob ich die leicht dreschen lasse. Ne, das mache ich. Ach, ne. Ich muss ja doch noch Kostovia. Vielleicht... Ach ja, vor allem ist es ja um die Ecke. Das ist ja nicht weiter. Oh, ich freue mich. Mensch, das ist ja gut gewesen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Steuern zahlen. Da können wir ja auch die Sachen hier verkaufen, ne. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt überhaupt Steuern zahlen kann im Sommer. Habe ich ja noch gar nicht probiert. So, äh... Was wollte ich denn verkaufen eigentlich? Da, Flachsam wollte ich verkaufen. Die wollte ich verkaufen. Und den Weizenkorn wollte ich verkaufen. Oh, das ist schon tausend Haarlagen, siehst du. Reicht das doch für die Steuern. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Tschüss. Ach, jetzt gehen wir aber gemütlich über die Brücke. Bin mal gespannt, wenn ich zurückkomme. Ob die Dagmara da jetzt schon geerntet hat. Oh, das freut mich gerade. Weil die kann ich jetzt immer so rundum einsetzen, ne. Dann kann ich jetzt vielleicht irgendwann einen Stein, äh, dieses Abbau, Bergdings da bauen. Dann kann sie ein bisschen Kalkstein abbauen. Und wenn sie damit fertig ist, dann könnte sie wieder in der Schone arbeiten. Das wird so mein Dummy jetzt so. Und ich glaube, ich bleibe auch erst mal bei Frauen. Vielleicht mache ich ein reines Frauendorf. Dass da nur Frauen wohnen. Obwohl, ein Kerl so abends, mit dem man abends mal ein Bier trinken kann, wäre schon gut, ne. Aber Bier gibt es ja noch gar nicht. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Jetzt gehen wir erst mal unsere Steuern zahlen und dann ist es gut. Ach, ich freue mich gerade, dass es mit dem Heiraten nicht so geklappt hat. Komm, wollen wir noch ein paar Beeren mitnehmen? Jetzt wollte ich mal gucken, ob ich die verkaufen kann. Stimmt, das habe ich noch gar nicht geguckt. Doch, ich hatte doch schon welche in der Tasche. Die konnte ich auch nicht verkaufen, ne. Hatte ich nicht eben schon welche in der Tasche? Doch, ich hatte schon 79 Stück. Die tauchten doch da eben auch nicht auf, ne. Aber ich habe jetzt 79 Beeren in der Tasche. Was haben wir nochmal? So, 83. Das kann ja sein, dass man jetzt irgendwie so gesammelte Sachen nicht mehr verkaufen kann. Ja, Henrika, tut mir leid, aber die andere war einfach so viel besser als du. Ne, Quatsch, Unigos wollte ich doch. Wo ist er denn? Da ist er. Der hat immer so diesen Kommenzettel da oben, ne. Für Diplomatie. Wahrscheinlich soll man mit dem öfter mal reden. Unigos. Ich wollte meine Schuhe begleichen. 433, bitteschön. Der König wird zufrieden sein, ja. Entschuldigung, zeig mir deine Ware. So, nee. Beeren kann man definitiv nicht mehr verkaufen. Verstehe, wer will. Geht nicht. Das ist ja echt doof, ne. Sonst habe ich jetzt gerade nichts, was ich verkaufen kann. Ich gehe dann... Lass mal mal Zeit. Wie ist es dir so ergangen? Plus 10. Lass mal Zeit. Wie ist es dir so ergangen? Lass mal Zeit. Scheineres Wetter. Lass mal Zeit. Lass mal Zeit. Lass mal Jagdtipps. Lass mal Zeit. Leute. Gut. Haben wir wieder ein bisschen gequatscht. So. Es ist ja echt dösig, ne. Obwohl, jetzt brauche ich die Hacke ja gar nicht mehr. Aber jetzt habe ich ja jemanden, der für mich hackt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob die jetzt für mich schon geerntet hat. Aber ich würde ja schon gerne das Haus jetzt auch schick machen, ne. Das muss ich natürlich auch fassen, wenn die Feldarbeiterin ist. Nicht, dass sie da irgendwelche Sachen anpflanzt, anseht. Weil die Felder werden ja dann immer so, wenn ich da was gesehe, dann geht das ja hier so. Dann steht das ja da. Und hier steht jetzt zum Beispiel Weizen. Jetzt muss ich mal auffassen, dass sie nicht, dass sie da Weizen anseht. Warte mal. Lass mal sie mal eben kurz wegmachen. Nicht, dass sie meinen letzten Dünger jetzt für so ein Blödsinn hier verbraucht. Die Weizenfelder will ich ja gleich wegmachen. Man kann ja nicht irgendwie sagen, sieh da nur einmal, Weizen an und dann nie wieder oder so. Wenn die Feldarbeiter sind, machen die alles das fertig, was hier so eingestellt ist. Das soll die ja nicht. Ja. Akzeptieren. Komm, die machen wir hier auch mal weg. Da soll sie jetzt... Ach, nicht rausgehen. Da, F wollte ich. Äh, jetzt hast du da schon wieder bereit zur Ernte. Und was ist das? Wachstum? Achso, es wächst noch. Ja. Naja, mal gucken. Jetzt lass ich nochmal so sortieren. Bin ich mal gespannt, ob sie das macht. Ach, ich freu mich grad. Obwohl ich das jetzt mit, dass man keine Bären mehr verkaufen kann, ein bisschen doof finde. Macht das überhaupt keinen Sinn mehr, Bären zu sammeln? Also, dass man selbst die, äh, reifen Bären nicht mehr sammeln kann, das ist aber echt dösig, ne? Das ist ja irgendwie völlig sinnfrei. Dann muss ich jetzt sehen, wie, wie verdienen hier jetzt Geld? Also, was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist ja so ein paar Bären sammeln, zumindestens, dass ich da Dünger draus machen kann. Aber da kann ich auch dann unreife oder reife. Ey, das kann ich mir ja nicht vorstellen, dass man keine Bären mehr... Was soll man denn sonst mit den Bären machen? Oder kann man da jetzt... Soll man die nur zum Kuchen backen nehmen? Also, es kommt ja bald Saft, ne? Es kann natürlich sein, dass sie sagen, nee, der muss erst zu Saft verarbeitet werden, ne? Aber dann wäre es ja auch Quatschmöhren. Verkaufen zu können. Ist ja auch unverarbeitet. Hm. Aber da kann man... Jetzt ist die Frage, ob man Pilze noch verkaufen kann. Das habe ich jetzt auch nicht geguckt. Ob man Pilze vielleicht auch nicht mehr verkaufen kann. Dann kann man ja gar kein Geld mehr mit Sammeln verdienen. Sie sollen das den Leuten machen, die ganz neu anfangen. Dass die überhaupt in den Gänge kommen. Da müssen die ja nur irgendwie kräftigen machen. Oder Steine sammeln und Steinmesser bauen oder irgendwie solche Sachen machen. Ich glaube, ich bin ja jetzt schon so im vierten Jahr, glaube ich, ja. Das ist schon echt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass das Absicht war. Da muss ich unbedingt... Ich glaube, ich weiß, die mal nachfragen im Forum. Dies glaube ich nicht, dass es so soll. Aber jetzt nur irgendwie drei Pilze sammeln und nochmal zurückgehen und das auszuprobieren, habe ich jetzt auch keines zu. Das können wir im Herbst mal machen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal unsere Steuern los. Was ich jetzt dann als nächstes machen möchte. Habe ich das schon gemacht da eigentlich? Haben die da schon Steinwand? Wo ist denn das Haus hier von unserer Truller? Die sehen alle so gleich aus, ne? Die Yachthütte, da ist es. Ich glaube, ich werde hier schon mal ein Steinhäusle machen. Wer ist denn da jetzt? Dagmara, du solltest doch ernten. Willst du nicht? Oder ist das schon wieder so spät, dass du schon Feierabend hast? 18 Uhr, kann sein, dass du schon Feierabend hast. Na gut, dann mache ich das mal selber. Auf dich ist der Verlass. Warte mal. Denn... Machen wir da mal... Scheune... Ne, Quatsch, dann muss ich ja da entfernen und Scheune wieder zuweisen. Dann soll die jetzt Landwirt machen. Ich nehme mal an, dass Landwirt jetzt das ist mit dem, was vorher Pharma war, ne? Ja. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Aber die braucht, braucht die auch Werkzeug? Ne, die braucht doch kein Werkzeug für zum... Ich weiß gar nicht, ob die Werkzeug gebraucht hätte jetzt, um da so Flachs zu ernten und solche Sachen. Braucht die da auch Werkzeug eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Oder haben sie es ja auch inzwischen geändert? Dagmara. So, da soll die jetzt Flachsam machen. Hafer, Orgen, Weizen. Ich stelle mal alles gleichmäßig ein, weil ich habe das... Dünger aus verdorbenem... Oh, scheinbar habe ich ja verdorbenes da. Ich verteile das jetzt gleichmäßig auf alle 20%. Das haben wir jetzt zwar nicht da, aber es macht ja nichts. Kriegen wir ja dann bald gleich... Keine Lust, das dauernd umzustellen. So, hast du das jetzt geerntet? Also diese Felder sollten ja mal weg. Die können wir jetzt wegmachen. Wie ich auch. Dann ist das hier wieder alles renaturiert. Das sah eh Schiete aus. Ich glaube, morgen werde ich mal das Häuschen für sie schön machen da. Dass da Steine raufkrank kommen. Und im Winter kümmere ich mich dann um die Jagd. Mal gucken. Oder ich tausche mal jetzt auch im Herbst die Schmiede... äh, die Werkstatt gegen die Schmiede aus. So. Dann ist das jetzt fertig. Dann ernte ich das halt mal selber. Wenn du da kein... Hä, jetzt hat die da... Geflügte gedüngt. Die hat hier schon wieder... Ach, die hat das schon geerntet? Und sie wollte hier Kohl anpflanzen. Ich habe aber keine Kohlsamen mehr, oder was? Oder hat sie das nicht mal geschafft? Ja, aber gut, dass ich da noch hingeguckt habe. Du bist ja eine. Fängt die an? Wenn ich anfange, dann mache ich auch was zu ändern. Das wäre jetzt... Der Dünger wäre jetzt verloren gewesen, ne? Weil ich das nicht rechtzeitig ausgestellt habe. Aber jetzt müsste doch hier Kohlsamen sein. Da brauchen wir mal vier. Eins, zwei, drei, vier. Kohl hat sie geerntet. 35 Kohl von vier Feldern. Wahnsinn, ne? Oh, hier ist ja auch verdorben. Das ist ja gut. Du kannst ja auch Dünger machen morgen. Das ist ja gut. So. War gut, dass ich da noch geguckt habe. Hä? Wo bin ich denn da laden? Achso, ich habe noch so viele Beeren in der Tasche. Wenn die jetzt Pharma macht und solche Sachen, dann muss ich sie natürlich... Äh... Auch. Warte mal. Kleinen Moment, muss ich mal jetzt ein bisschen... Ach, ich bin so drauf. Die Tasche habe ich auch weggelegt, ne? Äh... Dann muss ich die Sachen natürlich jetzt, wenn ich das nicht selber mache mit Dünger, auch wieder ins Lebensmittellager legen. Weil die hüllt sich das Verdorbene nur aus dem Lebensmittellager. Jetzt frage ich mich nur gerade mal, warum in der Tasche und warum ich so schon überladen bin. Habe ich da noch Beeren in der Tasche oder was? Ach, zwölf Rundholz, weil ich irgendwas bauen wollte. Ich schleppe die ganze Zeit zwölf Rundholz mit mir rum. Ich bin ja doof. Weil ich erst ein Haus bauen wollte, habe ich ganz vergessen. So, das bauche ich. Das bauche ich. Dann... Mache ich jetzt allererstes Mal... Weil es hier schon wieder dunkel wird, mir dann gleich mal eine Fackel. So, dann legen wir jetzt mal so ein Rundholz hier hin. Was ich hier sinnlos mit mir rumschleppe. Warum auch immer. So. Da brauche ich jetzt Leder und Stöcke. Machen wir mal eine Fackel. Hast du noch eine Äxte? Jo. Knallt aber auch gut weg, die Äxte, ne? Äh, ich habe gar kein Leder mehr hier. Ach, ne, stimmt. Habe ich ja in der Näherei. Was wahrscheinlich... Warten wir mal wieder so ein Reh schießen. So viel Leder habe ich gar nicht mehr. Oder? Oh, doch. 45. Da kommen wir jetzt halt noch wieder klar. So. Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht für eine Fackel. Schauen wir mal. So, machen wir jetzt mal ein paar Fackel. Was sind da? Da. Äh, wir kommen mal auf vier Stück. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich so wenig. Aber doch immer ganz gut zu tun, so ein Tag, ne? So. Noch hin. Ach, vielleicht behalte ich Sachen. Ich habe ja einen Rucksack und alles. Vielleicht behalte ich die Sachen auch einfach mal auf der Tasche und lege die nicht immer ab. Das ist irgendwie total nervig, wenn man das wiederholen muss. So, pass auf. Wir machen immer den auf die Acht. Dann mache ich den auf die Sechs. Hatte ich den immer. Die kommt immer auf die Fünf. Das ist schon auf der Drei. Dann haben wir die Hacke auf der Vier. Und dann machen wir die Sichel auf die Sieben. So. Obwohl, Sichel brauche ich dann ja auch nicht mehr, wenn ihr die Dagmara erntet. So lassen wir das jetzt. Und die Sachen behalte ich jetzt auch auf der Tasche. Und hier mache ich nochmal einmal FF. So. Und den noch ausrüsten. Und dann ist das alles schick. So. Brauche ich nicht immer dauernd wieder los. Renn die Sachen holen. Dann kann ich halt mal ein bisschen weniger tragen. Also dieses... Ich bin immer so auf Effizienz getrimmt. Ich musste mach immer so ein... Äh... Warte mal. Immer so möglich alles da. Oder wieder alles leer machen. Und dann wieder rausräumen. Das ist total bescheuert eigentlich. So. Jetzt machen wir hier die Vier Kohl wieder hin. Dann haben wir halt noch einmal Kohl. Dann müssen wir aber nächstes Jahr eindeutig genug Dünger haben. Weil das Essen die ja nie nehmen wir alles weg. Und dann haben wir mal ein bisschen was Vergammeltes. Ist eigentlich auch ein bisschen traurig, ne? Wenn man jetzt was vergammeln lässt. Rote Beete ist noch nicht fertig. Man kann hier mal ein Licht anmachen. Die Möhren sind noch nicht fertig. Ach ja, sonst hätte sie die auch erst geerntet. Das Flachs ist fertig. Das ist gut, wenn ich jetzt nur ein Feld habe. Das ist auch nicht so schwierig. Da muss ich nicht immer hin und her gucken. Ist hier noch was oder ist da noch was? Jetzt habe ich ein Feld und da gucke ich dann nach. Gut. Das lassen wir so. Okay. Alles schick. Kohl noch weg. Ah ne, haben wir gar nichts geerntet. Hatte ich sie ja schon gemacht. Ich habe nur gesät. Jetzt gucke ich nochmal. Wie ist das mit Essen? Wie seid ihr drauf? Holz haben sie genug? Essen haben sie genug? Alles schick. Und die kriegt jetzt morgen ein schönes Haus. Damit die auch glücklich ist. Und da ist jetzt froh, dass sie mich heiraten durfte. Oh, die hat jetzt schon eine vier beim Abbau. Das ist ja auch cool, ne? Also da habe ich aber zwei tolle Frauen. Ich bin richtig begeistert von meinen beiden Mädels. Gut. Dann werde ich dieses Haus noch updaten. Und was ich glaube ich als nächstes mal machen werde. Die wird ja ziemlich schnell fertig sein mit dem Dreschen. Dann kann die im Winter Steine abbauen. Das heißt, ich werde dann mal, drei Bauern habe ich ja noch. Ich werde dann mal ein Grab um Schuppen bauen. Und dann können wir nämlich auch, ach, kann ich ja noch gar nicht. Äh. Kann ja noch gar nicht. Brauche ich 500 Punkte. Die habe ich noch gar nicht. Hm. Muss ich was anderes bauen. Durchs Bauen kriegt man die Punkte, ne? Gebäudepunkte oder Bäume fällen, Gesteinsabbauung, Schürfen von Ton, Fertigstellen, Gebäudekonstruktion. Ja. Ich müsste ein paar Bäume fällen oder so. Oder vielleicht ist das ja auch, wenn ich jetzt, ach, das kann ich natürlich auch machen. Wenn ich jetzt eine Wand einreiße und dann wieder aufbaue, dann ist das ja auch eine Fertigstellung der Gebäudekonstruktion. Und wenn ich das irgendwie bei sechs Wänden mache, schafft das ja auch was weg. So, aber halt, eins fällt mir noch ein. Bevor ich jetzt ins Bett gehe, ne? Bauen wir da natürlich nochmal eine Bank hin. Für unsere neuen Mitbewohner, dass die nicht rumstehen muss. Dann können die sich da morgens unterhalten. Äh, warte mal, was brauchte man denn dafür überhaupt? Was brauchte man dafür? Ich kann ja nur das, ne? Kann ich den schon freischalten? Ne, die Bank auch noch lange nicht. Brr, 299 von 2500, na gut. Ein Rundhorts brauche ich. Gut, dann gibt's noch ein Rundholtz. So, dann kommt hier noch eine Bank hin. Dann können die da zu zweit sitzen. Kann sich dann morgens unterhalten, so. Oh, was machst denn du heute? Ja, ich werde wohl aufs Feld gehen. Und du? Ja, warum ist das denn so schief? Ach, warum ist das denn so schief? Ich glaube, dass da gerade steht, Mensch. So. Gut. Das war's. Ich hab ins Bett. Ich wollte gerade sagen, wer liegt denn in meinem Bett? Meine Frau. Ich mach dir mal das Feuerchen an. Ja. Ich glaube, es wird ein Kinderkriegen. Eigentlich könnte ich es ja morgen früh schon mal fragen, ob wir ein Kind kriegen wollen. Jetzt ist Sommer. Das dauert ja wie im echten Leben drei Jahreszeiten. Ich glaube, das mache ich. Ich wollte ja mal mein Kind abwachsen sehen. So. Jetzt wird erstmal geschlafen. Dies war der Sommer. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. Na, liebe Frau? Na, und ob ich so frage oder nicht, überlege ich mir noch. Aber, das sehen wir morgen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.